Hallo, Servus und Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc. Ja Leute, es geht weiterhin erstmal noch ein bisschen um die HP Reverb G2. Das Headset hat ein sensationelles Bild und wo müssen wir die Kompromisse eingehen? Wir reden heute mal etwas über das Tracking. Ich zeige euch jetzt in einem kommentierten 5 Minuten Gameplay-Mitschnitt, wo die Grenzen dieses Trackings liegen, was dort mich gestört hat persönlich und ganz zum Schluss sage ich euch auch noch meine ganz persönliche Meinung, was ich davon halte. So, ich möchte euch auch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Ich will bloß sagen, es gibt ganz viele Leute, die sind zufrieden mit ihrem Tracking und die sollten vielleicht jetzt auch besser nicht hingucken, weil ich zeige euch etwas, was bereits dazu geführt hat. Ich habe das zwei anderen Leuten gezeigt und die haben gesagt, scheiße, jetzt wo du es sagst, ich sehe es, üble Sache. So, am besten die, die zufrieden sind, ausmachen, alle anderen können jetzt weiter gucken. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ihr seht, ich spiele hier Pfeil und Bogen und was man hier sehr schön sieht, das ist, wenn ich den Controller vor der Nase halte, kann ich nicht mehr nach rechts und links schwenken und ihr seht, ich habe einen relativ großen Abstand von der Brille. Also man sieht hier schon mal sehr klar, dass es sehr, wie sagt man, kritisch ist, sobald einer der beiden Controller zu nah an der Brille dran ist und wenn man das nur ganz kurz macht, dann geht das, aber generell ist es so, dass die Verfolgung der Controller, und das ist ein bisschen mühsam, das bricht praktisch nach einer Sekunde ab. Also der Controller kann ziemlich genau eine Sekunde außerhalb des Trackings verfolgt werden und alles andere bricht ab. So, und das hier ist das, was mich persönlich sehr stört und zwar ist das die Bewegung in die Höhe. Ihr seht, wann das Ganze aufhört. Ich ziehe jetzt nochmal hier hoch, zack, und hier hängt er auch schon fest. Also ihr habt hier wirklich sofort, sobald ihr den Controller nach oben haltet, hört das auf. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen näher an euren Kopf rangeht, dann hört das noch viel früher auf. So kann ich natürlich nicht mehr zielen, so habe ich Mühe, über eine Mauer zu zielen oder jetzt auch bei diesem Test bei The Lab kommt man hier sehr schnell an die Grenzen ran. So, könnt ihr noch ein bisschen gucken. Ihr seht das da rechts im Bild, wie ich den Controller halte. Leute, jeder, der sagt, na, das liegt an deinem Raum, da ist zu hell. Ich habe das bereits im Wohnzimmer bei normalem Tageslicht, also es regnet momentan bei uns draußen, also es war nicht sehr hell. Einfach, ich wollte keine Störquellen haben von irgendwelchen LED-Lampen oder so. Ich habe darauf geachtet, dass keine Reflektionen sind. Das kann jeder nachtesten. Halte mal euren Controller einfach ein bisschen über eurer Brille am ausgestreckten Arm und ihr werdet nachher den Controller sogar sehen und er wird sofort stehen bleiben. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr großes Defizit an dieser Brille. Ihr seht, unten funktioniert es relativ gut, da sind auch Grenzen. Aber sobald ich nach oben gehe, zack, er hängt. Und da geht gar nichts mehr. Und das nach so kurzer Zeit. Ich glaube ja persönlich, dass es hier ein Software-Problem ist, dass man diese Nachverfolgung über die Gyrosensoren länger als eine Sekunde eigentlich tracken können müsste. Momentan ist das allerdings nicht der Fall. So, das Ganze, man kann jetzt auch sagen, ja, das liegt an Steam oder so. Ich habe das Ganze jetzt im Windows Mixed Reality Home gemacht und jetzt guck mal, was hier schon passiert. Nur schon, wenn ich die Arme so ein bisschen übereinander halte. Das heißt, ich erzeuge durch meinen eigenen Arm einen Schatten und ihr seht, wie der Controller da drunter springt. Solange ihr das alles in einer flüssigen Bewegung macht, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn ihr mal irgendwo stehen bleibt und zielt, dann geht das Tracking in die Knie. Das kann man hier sehr gut sehen. So, jetzt einmal einen Controller vorne hin, einer vorne, einer hin und jetzt kreise ich den da hinten mal. Und ich mache hier noch kleine Kreise. Ich mache später mal große Kreise. Ihr seht, wo er hier hängen bleibt. Das ist einfach dem geschuldet, dass die Brillen, die LEDs dort nicht mehr gut sehen können. Aber auch hier sollte eigentlich die Verfolgung im nicht sichtbaren Bereich trotzdem weiterziehen, diese Bewegung. Für das sind die Sensoren da. Und das scheint momentan nicht gut zu funktionieren. Für jeden, der hier Hoffnung hat, ich hoffe doch, dass es gepatcht wird. Guck mal, hier im oberen Bereich. Ich sehe meine Controller noch. Ich sehe sie im Bild und sie bleiben hängen. Also jeder, der hier bei The Climb klettern möchte, wird hier seine helle Freude dran haben, dass die Controller einfach im oberen Bereich, dort gehen die sofort in die Knie und bleiben sofort stehen. Das kann jeder von euch ausprobieren. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Stand Dezember 2020 ist das aktuell noch so. Ich hoffe auf ein Update. So, jetzt gucken wir ein bisschen auf die Schatten. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier nach vorne. Ihr seht die Schatten der Controller auf der Seite. Wunderbar, funktioniert sehr gut. Hier haben wir auch zwei Kameras auf der Seite. Hier funktioniert das Tracking wirklich ausgezeichnet. Sobald ich jetzt nach oben gehe, ihr seht die Schatten, die bleiben stehen und die ruckeln nachher weiter. Und es braucht wirklich circa eine Sekunde, wenn nicht noch ein bisschen weniger. Und dann bleibt der Controller stehen. Ihr seht, jetzt habe ich die ganze flüssige Bewegung gemacht. Wenn ich nur greife und nach hinten schleudere, das kann er, das geht. Solange ihr euch schnell bewegt, für Shooter überhaupt kein Problem. Aber für alle, die etwas, ich sage mal für alle Camper, die oder die ein bisschen länger als eine Sekunde eine Bewegung nach oben machen, das geht dann wirklich nicht mehr gut. Und für mich ist wirklich eine Sekunde viel zu wenig. Das muss länger getrackt werden können. Auf jeden Fall. Sonst können wir wirklich bloß noch ganz schnelle Spiele spielen mit dieser Brille. und das wird dann echt ein bisschen schwierig. Ja, jetzt seht ihr nochmal hier, das funktioniert. Aber sobald ich die Bewegung langsamer mache, bleibt es da hängen. So, ich habe diesen Test nochmal gemacht, mit den Controllern nebeneinander einfach mal zu halten. Vorne dran, da ruckelt nichts, da zuckt nichts. Das ist sehr schön. Und jetzt mache ich nochmal ein bisschen größere Bewegung. Seht ihr das auf der rechten Seite, dass der Controller außen dran getrackt werden müsste. Und auch hier geht das Tracking in die Knie. Das ist einfach auch sehr, sehr unschön. Und ja, ich sage es nochmal. So, jetzt ist Video fertig. Ich hole ihn mal wieder zurück. Dass, sobald ich eine Verdeckung habe, müsste eigentlich, da sind Beschleunigungssensoren drin, das müsste der Controller weiterführen, diese Bewegung. Macht er momentan nicht. Das macht aber zum Beispiel die Oculus Quest und die Oculus Rift S. Die machen das hervorragend. Viel, viel besser. So, das soll jetzt nicht ein Punkt sein, der euch jetzt komplett von diesem Headset wegbringt. Ich sage ja, sehr viele Leute, die jetzt zum Beispiel Shooter gespielt haben, die haben die Hände hier. Es ist einfach so, wenn ich zum Beispiel Population One spiele und ich halte mich oben an einer Kante fest und ich ziehe mich nach oben, um zu gucken. Hier geht es noch. Lasse ich die Hand wieder nach oben und ich will mich hinter der Mauer verstecken, verliert der hier oben das Tracking. Und dann fängt das Geruckel und Gezuckel an, dann falle ich die Mauer runter und dann macht das Gameplay keinen Spaß mehr. Es gibt ganz viele Spiele, die solche Phänomene haben, dass ich auch mal die Hand oben halten muss. Oftmals Shooter, wo ich nur so schieße, geht das. Wenn ich die Controller genug weit voneinander entfernt habe, geht das auch. Sobald ich das verdecke, kann es wirklich dazu kommen, dass er kurzfristig das Tracking verliert. Das muss nicht sein. So Leute, und ich habe euch gesagt, ich sage euch noch meine persönliche Meinung dazu. Mein persönliches Statement ist dazu, ich finde es echt, echt schade. Die ersten Windows Mixed Reality Brillen vor vier Jahren, ich glaube vor vier Jahren oder knapp vier Jahren, als sie rausgekommen sind, das Tracking war gleich. Und wenn eine Firma vier Jahre lang keine Innovation hat, nichts dazulernt, dann finde ich das einfach bloß traurig. Und ich weiß gar nicht, ob daran jetzt HP schuld ist, weil im Hintergrund für dieses Ganze steht ja eigentlich Microsoft. Damals waren ja auch die Controller von Microsoft. Ich weiß gar nicht, sind die das noch oder sind die jetzt auch von HP? Ich kann das Kleingedruckte hier gar nicht lesen. Egal, es ist, was es ist. Es ist für mich enttäuschend. Ich kann es nicht anders sagen. So, jetzt ist die Frage Kompromiss. Für mich. Ich sage immer für mich. Ist das trotzdem dieses geile Bild wert, dass ich dieses Tracking in Kauf nehme? Ja, für gewisse Spiele ja. Half-Life Alyx, absolut. Medal of Honor, absolut. Nehme ich in Kauf, das passt. Population One, nein, würde ich nicht mit dieser Brille spielen. The Climb, würde ich nicht mit dieser Brille spielen. Und das ist natürlich die Frage, wo liegt eure Kompromissbereitschaft? Bei mir ist es einfach so, ich habe mehrere Brillen. Ich werde mir für gewisse Spiele sicher die Oculus Quest 2, so soll das heißen, auf die Nase setzen. Und für gewisse Spiele, wo ich einfach diese Immersion brauche oder zum Beispiel bei Spielen, wo dieses Tracking überhaupt keine Rolle spielt. Das ist zum Beispiel für Racing-Spiele oder die ganzen Sim-Spieler, die einfach eine super krasse Grafik brauchen. Die können natürlich dieses Headset mit sehr gutem Gewissen nachher benutzen. So, ja, das Bild ist halt gut. Ja, es gibt aber auch da Kompromisse, das haben schon viele andere berichtet, über die Klarheit, über das gesamte Spektrum der Linsen. Und das kann ich alles noch nicht, gar noch nicht so richtig greifen. Das kommt dann, wenn es kommt, bei mir in einem nächsten Video. So, ich hoffe, das hat euch jetzt nicht dazu veranlasst, mir hier die bösesten Kommentare drunter zu schreiben. Ich will die Brille überhaupt nicht schlecht reden, aber ich finde wirklich, dass man in vier Jahren mehr rausbringen kann als das hier. So, spielt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.